lol april fools oder so ich nehme einfach noch eine folge auf ja das ist gerade nach meinem ersten sieg wie es aussieht bin ich der beste player unknowns battlegrounds spieler das das muss man jetzt einfach so sagen ja ich bin erster geworden das seid ihr nicht höchstwahrscheinlich schon jemand unter euch nein okay nur spaß ich bin wirklich immer noch sehr kacke in dem game ich glaube das war eher sehr viel glück gemischt mit einer pussy taktik von wegen ich verstecke mich die ganze zeit und ja gut ich habe nicht wirklich gekämpft habe ich gekämpft ich würde mich nicht als camper bezeichnen ihr könnt mir das sehr gerne sagen ob ihr das als camping bezeichnet aber ich würde sagen nein genau einfach mal noch eine runde ich meine wieso nicht ich sollte aber den sound für euch vielleicht noch ein bisschen anpassen weil es vielleicht etwas laut war ich glaube immer so passt das ja für die runde habe ich ganze 900 irgendwas punkte bekommen das ist eine menge deswegen fehlen mir jetzt nur noch ich glaube 400 punkte für die nächste kiste da kann ich mir wieder ein item holen und das gegebenenfalls falls ich es nicht haben möchte verkaufen deswegen mal schauen vielleicht verdiene ich die ganzen punkte ja jetzt vielleicht aber auch nicht vielleicht sterbe ich halt jetzt instant wir starten auf der militärinsel nein doch nicht bei zarki so springen hier direkt leute ab ja okay dann ist es aber kein wunder dass so viele am anfang immer sterben ist das so eine art herausforderung dass man unbedingt ganz am anfang rausspringt ich weiß nicht ich finde es jetzt nicht so toll wo davon ist ein reaktor wo springen die leute hin die springen meistens nach rechts es bedeutet ich spring einfach mal dahin und dann wohin dahin eindeutig oh gott legt ich meine ich habe schon einen high end computer und dass es selbst hier legt ist ja ich weiß nicht das spiel sollten sie schon noch so ein bisschen ja verändern dass es auch wirklich auf also a flüssiger läuft b weniger ruckler hat und c auf ja schlechteren computern läuft weil es leute gibt die können das ganze hier nur auf ganz low spielen okay ich muss dazu sagen ich habe die grafik auch ziemlich weit unten einfach damit ich leute besser sehe und sie sich nicht irgendwie in dem gras verstecken das eigentlich gar nicht existiert und sie mich dann sehen und ich sie aber halt nicht da ist ein anderer der landet da drüben bei dem haus okay das bedeutet gegebenenfalls kann ich den gleich abholen und zurück zu seiner mama bringen gleich in den container schauen leer ja super es fängt ja gut an mensch oh mensch es fängt echt nicht gut an aber okay ich bekomme das schon hin ich habe das letzte runde hinbekommen ich schaffe es diese runde nicht mehr immer optimistisch bleiben oh mein gott wieso finde ich keine waffe ja super ein visier noch mehr visiere das ist eine tür ja geil ich gebe mir die sicher sicher danke und einen helm winner winner chicken dinner so gehen wir mal auf die drei drei ja wo ist eine waffe komm schon bitte das ist eine hose das ist ein helm da ist eine waffe sehr schön so so wow nur ein magazin das ist natürlich geil ich habe schon angst gehabt dass gerade jemand kommt und dass die geräusche sind aber nein das ist natürlich das nachladen wer hätte es gedacht so okay wir haben 30 schuss in der waffe das ist so gut wie ja nicht aber das wird schon klappen bitte tötet mich nicht danke so rein da mach zu man blöde türen oh das gefällt mir doch ja so ist schön oder war das wieder die nee was bist du m16a4 ah ich habe jetzt zweimal die m16a4 ja sehr schön ich dachte es wäre eine andere waffe nein ist es natürlich nicht aber dafür habe ich munition also etwas mehr munition sagen wir so ein datus eine brechstange noch mal ein medikit beziehungsweise first aid kit und einen energy drink sehr schön äh äh ne verzichte ich irgendjemand hier freunde familie bekannte verwandte nein ok niemand dann nimm mal die frage einfach mit ich meine ich benutze die dinge eh nie von daher einfach mitnehmen mitnehmen nö wow ich habe so viel glück mit loot es ist echt brutal sag ich euch spielt mit mir ein game ihr bekommt all den loot den ihr haben wollt ich bekomme nie was das ist leider echt so äh wenn ich das richtig sehe kann ich hier war ich ne ja kann ich hier über den balkon ich kenne mich aus in den häusern ja 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 so äh nach draußen genau oh mein gott schock mich halt wär ich nicht über den balkon raus ne oh mein gott ich mein sie hatte nix die person aber trotzdem oh mein gott das ist ein highlight für mich so so macht man das ja über den balkon raus und dann von hinten wo ist eigentlich der kreis ok ich bin in der nähe passt alles gut ich liebe oh mein gott die hätte mich eiskalt also die person hätte mich eiskalt da oben überrascht wäre ich dort geblieben wegen dem bombardement während ich gewartet habe holy moly ok der kreis kommt in 50 ok ich hab noch zeit keine gegner ok schauen wir mal hier rein ich hab immer angst dass irgendjemand hier drin kämmt aber weil ich das mal ne zeitlang gemacht habe einfach wirklich hinsetzen und dann abwarten aber ich sag's mal so so gewinnt man nicht äh man kommt so schwer dann an items ähm ja da ist das nicht wert deswegen lauft einfach nach draußen falls ihr sterbt dann seid ihr eh in 10 sekunden in dem neuen match also äh man muss sich keine gedanken machen restricting player area ja mach das mach das ruhig jay bandagen hier ist der balkon ne ja irgendwelche gegner nö ok schade dass nicht nochmal das gleiche passiert ist nochmal ein first aid kit sehr schön das ist eine menge heilung für mich das gefällt mir die sache ist nur man kommt so selten dazu sich zu heilen weil wenn dich jemand unter beschuss hat dann bist du zu ich würde mal sagen 80 prozent tot von daher äh die blaue wand kommt ich sollte mich beeilen hab ich eine police vest angehabt ja sogar stufe 2 ok ich sollte mich beeilen beeilen du noch mehr bandagen nö 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 ein vierfach wäre sie wäre sie ich sag schon wieder oh mein gott ich kann heute nicht sprechen gott kann ich überhaupt deutsch ich bin mir nicht sicher auf jeden fall ähm ein vierfach visier wäre toll das wäre echt toll wo ist denn der kreis da vorne das schaffe ich sollte ich hier reinschauen ich sollte hier reinschauen jetzt liegt es hier nämlich ha ein flash hider und ein red dot ja geil äh flash hider ok einfach mal weiter ist da oben auf dem turm wer ne äh ich hab jetzt zwei kill ein kill ein kill eindeutig ein kill wo ist der kreis ich muss langsam rein ok passt alles gut der ist da vorne kommt mir das eigentlich nur so vor oder trifft man echt selten auf gegner also ok ich hab das letztes mal schon gefragt das liegt echt glaube ich daran dass ich wirklich immer so abseits abspringe wo kein mensch ist weil alle leute wissen hey da gibt es kein loot da springen nur die anfänger hin wobei dann würde ich genau dort warten und die abmetzeln hm wieso sieht mir das hier so geplündert aus oder einfach wirklich schlechter loot wie bereits gesagt ja munition falsche munition egal ach das war eine biene oder eine fliege oder irgendwas fliegendes auf jeden fall ok die blaue wand kommt ich sollte mich sputen ich habe minimal angst hier auf so einem offenen feld ich denke das fällt aber nicht auf ha das fällt nicht auf oh mein gott bin ich lustig wow ich blühe ja förmlich auf nice nice ich bin der comedy king hier mal wieder keine gegner hm ich schaue mal zu den häusern da drüben mich hat es nur gewundert dass die Person mich davor eben nicht gehört hat als ich runter gehüpft bin ich meine ich bin hinter ihr hier gelandet aber okay zu meinem vorteil das wäre sonst ganz schön schiefgegangen benzin nice tactical stock die red area ist hier ja ok 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 oh gott hier war jemand oder ist ok hier war jemand ok ok und das auto natürlich das da vorbeigefahren ist das beschossen wird von ich sehe es nicht seht ihr was das auto hat umgedreht ich kann es nicht sehen ich habe gerade den goofy goober song in meinem kopf das ist ganz schlimm nicht schön wenn man sich konzentriert na komm von wo kamen die schüsse es muss doch irgendwo da sein also muss der hier rüber kommen ne ha ich sehe zumindest niemanden bis jetzt wo muss ich eigentlich hin oh gott ich muss weiter oder ins alles gut ich darf mich nicht so herzen ist meine kaffeepause hier am balkon der autofahrer hat den typen doch nicht getötet oder irre ich mich jetzt habe ich da nicht aufgepasst das würde für mich bedeuten dass die person noch hier irgendwo ist deswegen warte ich noch bevor ich weiterlaufe ha vielleicht ist sie auch ganz anders gelaufen oh fuck ich kann mich nie entscheiden na ich lauf weiter hatte ich in das haus hier geschaut das hat der andere sicherlich auch gelootet ja es lohnt sich nicht da ist ein spieler das hat zwar ein bisschen gedauert mit dem Visier aber ich weiß nicht ob es gut ist dass ich jetzt hinlaufe I am not quite sure nimm mit nimm mit nimm mit was bist du warte das ist das ding ok oh gott das ist falsch nimm das da ok ich habe gehört man soll sich so bewegen oh gott die blaue wand kommt nein nein du mir das nicht anspiele auto auto bitte bitte auto oh mein gott ja lauf es geht mal wieder um dein Leben Kollege diesmal vorne 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 danke geh weg wand ich mag dich nicht keiner mag dich oh gott jetzt hört mich ja auch nur die halbe Welt wie ich da angerattert komme tut 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 motherfucker bitte das nicht sagen sollen sorry ok ich lebe aber ich habe zweimal die gleiche Waffe und wenig Ammo dafür das ist kacke das ist nicht optimal alles ist gut solange du wild bist erinnert ihr euch noch an den Film oder was ne es waren Filme die wilden Kerle die aber keine Kerle waren die Kinder waren und so ach ja die Kindheit ich habe aber glaube ich nur einen Film von gesehen oder so ich weiß nur dass es mehrere Filme waren ach Gott ist das lang her äh ja ich hatte eine Stufe 2 Weste ist ok alles gut ich habe Angst dass jemand kommt weil das ganze hier so lootbar aussieht aber das aussieht traut sich keiner zu mir ja die haben alle Angst vor mir mach mal zu eindeutig nimm mal Benzin mit einfach ach ich habe keinen Inventarplatz mehr oh nein ich habe nur einen Stufe 1 Rucksack das fällt mir jetzt erst auf god dang it kann ich dich noch mitnehmen ja die nächste Zone wäre dann da ok mit 35 Leuten die noch leben das ist wenig Police West 1 das ist echt wenig eigentlich für das Gebiet in dem wir jetzt sind hm aber ok kommt wieder das Flugzeug ich sollte vielleicht mich zu oh fuck nevermind ich gehe hier ins Haus bloß mein Haus alles gut hier lebe ich ich liebe dieses Haus es liebt mich alles gut ja genau hier ist gut hier ist bequem also entweder der blaue Kreis holt mich gleich und ich bin tot oder ich lauf raus und der Sniper holt mich und ich bin tot ich gönne es ihm nicht da sterbe ich lieber ehrenlos wobei ich mir das Auto schnappen könnte gleich einfach das Auto schnappen und dann wegfahren und dann gesnipet werden ich sehe es kaum wo ist er überhaupt absolut kein Plan wo er ist oh shit ich muss mich bewegen äh ausgang ausgänge ah ah ha 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 ok steck ein oh ne schaffe ich das? oh gott ok mh nicht mehr in der Damage Zone sehr schön uh man muss mit diesem blauen Kreis spielen er muss dich mögen damit du gewinnst eindeutig ach ne offenes Feld fahr mal da hin lustige Grafiken die aufblinken und verschwinden und aufploppen und bla man könnte behaupten das Spiel sei noch Early Access alles oh gott ich muss weiter rein oh ne ne kauf ok alles ist gut Energy Drink reicht okay aber diesmal habe ich kein Vierfach oder Achtfach Visier das ist nicht gut das ist echt nicht gut oder? ne habe ich nicht wir sollten zu Fuß weiter eindeutig wo ist denn das nächste gewinn oh gott wirklich? wo soll ich denn da hin? sei mal still Flugzeug ich kann ja nicht hören ich habe keine Ahnung wie ich da hinkommen soll ohne Auto so wenn jemand halt ne bessere Waffe hat als ich also naja nicht mal ne Waffe sondern ein besseres Visier bin ich tot wenn jemand besser heimt als ich bin ich tot ich muss in 30 Sekunden dort sein oh gott ich habe Angst na los please don't kill me enemy Sniper ich weiß dass da drüben irgendwo ein Sniper hockt das war auch der der mich davor angeschossen hat den habe ich ja nochmal schießen gehört und ich darf übers Feld laufen dafür geil oh man voll mein Fetisch och ne och ne lauf schneller och ne der holt mich ein ich hätte vielleicht mit dem Auto fahren sollen das wäre ein Plan gewesen da vorne ballern die auch noch kommt mir das eigentlich nur so vor oder wird der Kreis pro Runde schneller hm und er hat nicht ich pup au 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 och ne und es ist noch soweit bis zum Kreis wie es aussieht fuck also theoretisch hätte ich die First Aid Kits so ist es nicht praktisch ist trotzdem kacke wenn ich hinter den Zaun kann ist ok ich kann nicht hinter den Zaun oh Gott der Kreis ist da ganz vorne oh mein Gott ok und da ballern Leute das ist creepy ok so viele leben noch so viele leben noch ok ich glaube ich bin hier sicher gerade eben ich sehe aus wie ein Stein ja ich sehe aus wie ein Stein jaja ich sehe aus wie ein Stein Ich hätte schweigen können, dass ich ein Auto gehört habe. Der kann nicht leben. Da hinten kommt ein Spieler. Kommt der hierher? Wo ist er? Hm, die Wand kommt. Okay. Dann geht's. Okay. Dann geht's. Okay. Ja, schon. Nein. Welche habe ich ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Die hier. Nee. Nee, das funktioniert so nicht. Oh Gott. Oh Gott. Intens. Sind die in den Häusern? Okay, warum muss ich weiter in 10 Sekunden? Ich muss weiter. Gott, ich muss noch weiter. Ich hatte auch noch nie eine Tommy Gun. Nee, ich bin hier sicher. Nee, ich bin... Doch, ich bin sicher. Nee. Okay. Okay. Ich weiß, dass hier wer drin ist. Oh Gott. Oh, Mami. Mami, 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 Mami. Okay, alles gut. Ja, ja, ist ja okay, Kumpel. Äh. Fuck. Die Wand kommt. Der hat keinen Energy Drink. Ich muss raus. Oh Gott. Was? Platz 2. Nein. Die Wand hat mich, glaube ich. Fuck. Okay, aber einmal Platz 1 und einmal Platz 2. Hey Leute, was sagt ihr? Bin ich besser geworden? Ich glaube mal schon. Oh mein Gott, der Hammer. Ich liebe dieses Game. Es ist wirklich awesome. Awesome. Genau. Für 29,99 mehr Spaß kann man nicht haben. Nee, echt nicht. Es ist der Hammer. Okay, ich würde sagen, das war es dann auch erstmal wieder. Ja. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Entweder Overwatch oder PlayerUnknown. Mal schauen. Bye, bye. 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 Bye.